hallo leute ich zeige euch heute wie ihr festplatten partitionieren könnt und formatieren könnt beziehungsweise primär partitionieren und was wir alles einstellen könnte zunächst öffnen wir unser festplatten dieses programm dann haben wir hier unsere geräte in meinem fall gehe ich mit dem usb stick dran anstatt der externen festplatte prima natürlich bei externen festplatten benötigt wenn ihr zum beispiel eine mac us partition machen möchtet und eine für windows genau dann haben wir einmal hier ganz normal den usb stick und ihr könnt ihr schon den button sehen partitionieren hier geht ihr einmal drauf und ihr seht startmäßig ist natürlich nur eine partition vorhanden die die volle größer das geben wir jetzt nämlich auf plus und erteilt das startmäßig immer die in die mitte und dann kann man es natürlich auch hier anpassen ohne probleme wir machen es jetzt einfach mal das ist erst mal so und dann könnt ihr natürlich die partitionierung auswählen hier für windows ist primär expert oder vor 32 32 nur bis zu vier gigabyte dateien alles was größeres geht da nicht deswegen am besten extra und wenn ihr unter mac us nutzt einfach mac us exxente journal und dann passt das auch und dann können wir hier nochmal auf plus gehen und dann sieht man schon man kann auch mehrere partitionen noch machen sieht bei einer macht er das hier wie in einem kuchen triagramm immer kleiner brauchen aber nicht deswegen machen wir die erstmal hier wieder weg und haben erst mal nur zwei dann gibt ihr hier einmal ganz normal 1 usb 2 zum beispiel hier könnt ihr manuell die größe angeben sondern es einfach 5,00 und dann ändert das auch direkt und würden jetzt einmal kurz auf anwenden gehen perfekt der macht aber die zwei partition genau so dann haben wir nämlich jetzt die zwei usb usb partition die hier aber auch sehen könnt weil es gibt einmal usb 2 und einmal hier usb und am ende könnte natürlich die partition auch wieder weg machen indem er einfach oben auf partitionieren geht und dann könnt ihr hier einfach drauf klicken und wieder minus machen haben wir wieder volle partition gehen wieder auf anwenden gehen wieder auf partitionieren und dann entfernt er auch wieder die partition das dauert ein bisschen dann führt das wieder zusammen sieht man perfekt fertig das wäre schon gewesen bei fragen und in die kommentare und von daumen hoch wenn ich auch freund dankeschön